Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Bei sommerlichen Temperaturen begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer neuen Filmbesprechung hier beim Tele-Stammtisch. Heute zu einer neuen romantischen Komödie aus Frankreich, Juliette im Frühling, basierend auf der Graphic-Novel Juliette Gespensterkehren im Frühling zurück. Zurück ist außerdem mein Kollege Johannes, grüß dich! Hallihallo! Und ich bin es auch, mein Name ist Paul und wir besprechen zusammen den neuen Film von Blondine Lenoir, die zuletzt etwa den Film Madame Aurora und der Duft von Frühling gemacht hat, der allerdings gar nichts mit diesem hier zu tun hat. Und worum es in dem Film geht, das kann euch vielleicht der Johannes sagen. Das mache ich sehr gerne. Der Film begleitet Juliette. Juliette ist Kinderbuchillustratorin und sie kehrt aus Paris in ihren Heimatort zurück, in die französische Provinz, zu ihrer Familie. Möchte dort eigentlich ein bisschen abschalten, ein bisschen von dem Alltagsstress zur Ruhe kommen. Allerdings, ja, trifft sie halt auf ihre Familie, die so ein bisschen turbulent sind, gerade auch ihre Schwester hat einige Probleme. Und statt dann, ja, entspannter zwei Wochen ergeben sich einige Konflikte, es kommen Erinnerungen wieder hoch. Und ja, es wird dann eine, der Trailer sagt, eine herrlich beschwingte Komödie. Ja, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, eine neue Komödie aus Frankreich. Das ist für die einen sicherlich ein Warnsignal, für die anderen vielleicht auch ein kleiner Grund zur Freude. Wenn ich so auf meine letzten Filme in die Richtung blicke, die ich hier auch beim Tele-Stammtisch mit besprochen habe, mit tollen Titeln wie zum Beispiel Mein Liebhaber, der Esel und ich, dann zähle ich, glaube ich, eher zuerst drin. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit solchen Filmen, die so in die Richtung gehen. Ja, also gefühlt ist diese Hochphase der französischen Komödie so ein bisschen vorbei, oder? Also wenn ich so irgendwie an die 2000er, 2010er denke, irgendwie so Willkommen bei den Sties oder Ziemlich beste Freunde oder irgendwie Monsieur Claude und seine Töchter, die waren ja wirklich ultra erfolgreich. Ich habe so ein bisschen was in diese Richtung erwartet. Können wir ja vielleicht darüber reden, ob es das ist. Ich hatte zum Beispiel, also das Original der Vorname auch irgendwann in den zwei Szenen erschienen. Da gab es dann ja auch ein deutsches Remake. Den fand ich richtig gut. Ich habe den aber auch schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich habe aber insgesamt auch schon lange gefühlt keine reine Komödie mehr gesehen und auch keine französische Komödie mehr. Ja, ich habe das Gefühl, das schwappt trotzdem jeden Sommer oder immer so, wenn es dann in die wärmeren, in die wärmere Jahreszeit geht, schwappt immer so einen Film rüber, der so versucht, dieses Image weiterzutragen. Oder zumindest, wo vom Verleih dann versucht wird, dieses Image wieder aufzugreifen, der französischen Erfolgskomödie oder überhaupt der französischen Komödie. Ja, inwiefern das jetzt in diesem Film drinsteckt, ist eine gute Frage. Denn ich bin mir gar nicht so sicher, wie viel Komödie das hier jetzt eigentlich ist. Der hat durchaus komödiantische Elemente mit drin. Er ist aber auch ein Drama. Also so schon eine Mischung. Oder wie ging es dir da? Ja, wahrscheinlich kann man Tragikomödie sagen, aber ich finde auch, der Trailer ist da so ein bisschen, also der schummelt vielleicht ein bisschen, weil man schon sagen kann, fast alle Gags des Films sind vielleicht im Trailer drin. Und der Rest ist schon, also ich finde, man merkt gegen Ende des Trailers auch, da liegt so eine Schwere im Film. Aber die ist halt im Film deutlich mehr drin als im Trailer, oder? Ja, definitiv. Also wir beschäftigen uns hier, wie gesagt, mit Juliette, aber auch mit der ganzen Familie. Vor allem auch mit ihrer Schwester, die einen deutlich größeren Part hier erhält, als ich das auch vom Titel her überhaupt erwartet hätte. Und eben auch so ein bisschen mit der Vergangenheit dieser ganzen Familie. Und dann werden auch so, also es werden ganz viele ernste Themen angeschnitten, von denen dieser Film die meisten jetzt nicht sonderlich vertieft, aber auch jetzt nicht einfach links liegen lässt. Ja, ich fand das auch irgendwie schwer zu fassen. Also der spricht, wie du sagst, der spricht ganz viel an. Also es geht auf jeden Fall, das wird auch im Film Relative Fury angesprochen, dass Juliette unter Depressionen leidet oder gelitten hat. Aber dann geht es ganz viel so um unausgesprochene Gefühle, es geht um verdrängte Erinnerungen, es geht irgendwie darum, so im Alltag gefangen zu sein, auch den Stress mit der Familie. Und ich finde, man hat sehr das Gefühl, ich weiß nicht, ich glaube, wir beide sind ja ein Ticken jünger als die beiden Protagonistinnen oder allgemein, die dargestellt werden. Das ist schon so ein Gefühl, so ein Film, der auch so ein bisschen, da habe ich das Gefühl, so ein bisschen die, ja weiß nicht, platt könnte man so Midlife-Crisis oder so ein bisschen, ja, Ängste und Sorgen im Alter sagen. Ja, ja, auch weil es viel um Neuorientierung oder um nochmal Pause machen und das nochmal alles überdenken geht und gerade auch die Schwester, wo der Film dann tatsächlich solche richtigen Momente kreiert, fast ein bisschen überdeutlich, wo du siehst, wie diese Figur jetzt ihr ganzes Leben nochmal zu überdenken beginnt, stecken sehr viele Themen drin. Wie die jetzt letztendlich ausgearbeitet werden, steht nochmal auf einem anderen Blatt und obendrein versucht der ganze Film das aber dann doch leichtfüßiger aufzubauen. Ja, es gibt irgendwie, finde ich, so ein, so ein, es ist so ein beiläufiger Slapstick-Humor. Also es gibt im Trailer auch eine Szene, wo die Schwester halt stolpert und es gibt immer wieder diese Szenen, die aber irgendwie nur so halb kommentiert werden. Also ich finde es ganz spannend, weil irgendwie so groß auf die Pointe ausgelegt ist das irgendwie nicht, oder? Mhm. Ich hatte auch das Gefühl, er spielt mit solchen, mit solchen Comedy-Elementen auch. Es gibt ja wahnsinnig viele Komödien, nicht nur französische, sondern auch andere Komödien, die so mit dem Thema Affären spielen oder mit solchen Versteckspielen. Das macht dieser Film hier auch, bis zu einem gewissen Maße, aber er reizt oder er reizt diese Pointe nicht aus oder er spielt sie nicht mal richtig aus, sondern er streut sie hin und wieder mal mit ein, aber es ist nicht Dreh- und Angelpunkt dieses Films. Würdest du den als geerdet bezeichnen, weil der schon so ein bisschen drüber ist, auch in der Darstellung seiner Figuren? Also wenn ich da zum Beispiel an die Mutter der beiden Schwestern denke, die ja schon irgendwie das Klischee ist, dieser, weiß ich nicht, selbstverwirklichenden Künstlerin, die so ein bisschen schräg ist. Aber der Film nimmt sich dann doch in den Problemen relativ ernst. Ja, also der hat natürlich seine überzeichneten Figuren ja auch die, schon die Schwester ist ja auch irgendwie mit dem, also die Schwestern sind ja erstmal total unterschiedlich, aber dann im Gegensatz zu Juliette ist ja ihre Schwester auch schon sehr aktiv und auch sehr überzeichnet. Aber also dieser Film trifft es selten dann in so einen lächerlichen Humor, der das Ganze gar nicht mehr ernst nehmen lässt. Das macht der hier nicht, sondern streift es immer kurz und streift dann auch nur seine Tragik immer so kurz und dann bewegt er sich irgendwie so auf so einem Mittelpfad. Total und ich finde auch gerade die Darstellung der Affäre ist ja gerade für so einen großen Mainstream-Film super erfrischend ehrlich, weil wir haben hier zwei mittelalte Personen, die nicht dem Norm entsprechen, die wir vielleicht so aus Hollywood-Filmen kennen und da ist der Film einfach sehr offen. Vielleicht so ein bisschen auch Klischee französischer Arthouse-Film, ne? Ja, wobei, also ich fand ihn zum Beispiel auf jeden Fall nicht so prüde wie viele andere Filme und das war auch was, was die Regisseurin glaube ich in einem Interview mit angesprochen hat. Das Ganze basiert ja auf dieser Graphic Novel und diese Graphic Novel hat auch diese Szenen und sie fand es glaube ich reizvoll auch diese Nacktszenen oder diese Sex-Szenen auch ohne die als normalerweise ideal dargestellten Körper oder was weiß ich darzustellen. Und ich finde auch, das ist ihr hier gelungen, weil diese Natürlichkeit oder diese, ja einfach dieses Einfangen von den Körpern, das hatte etwas total, wie du schon sagtest, Erfrischendes. Total, auch super empathisch. Also ich fand die Szenen, das waren wirklich einfach schöne Szenen. Also und da habe ich auch gedacht, ja, also eigentlich brauchst du das mehr, dass das so dargestellt wird und normalisiert wird auf jeden Fall. Ja, genau. Und da sieht man aber auch wieder diese Spannweite von, ja schon mit einer gewissen Natürlichkeit dargestellt und dann aber auch wieder im Umschnitt zu der Familie, auch wenn es zu diesem Familientreffen gibt und dann so klassische Familienszenen am Esstisch, wo jeder hat eigentlich so sein eigenes Thema oder dann ist plötzlich die Oma weg oder so und dieses wieder komödiantisch bisschen überzeichnete. Es gibt ja auch noch einen kleinen Nebenhandlungsstrang rund um Pollux, den neuen Mieter des Hauses, glaube ich, der Großmutter. Wie hat dir das Ganze gefallen? Weil auch da befindet sich dieser Film so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil er zwar auch Begegnungen mit Juliette und Pollux zeigt und vielleicht auch so ein bisschen in eine bestimmte Richtung zumindest die Gedanken des Zuschauers lenken möchte, diese Richtung aber im ganzen Film unbeantwortet oder ohne konkretes Ende lässt. Ich fand das super schön, weil A, ich die Figur, also unglaublich sympathisch dargestellt, auch vom Schauspieler und es kommt ja in die Beziehung zwischen Pollux und Juliette, kommt ja so eine kleine Ente und wir haben hier vom Haus, also wir leben tatsächlich in der Nähe von einem Naturschutzgebiet und hier laufen relativ häufig auch so Entenfamilien vorbei. Also ich war sofort dabei, als die beiden sich halt wirklich unglaublich süß um diese kleine Ente gekümmert haben. Ich fand es ein bisschen schade, dass dann ausgerechnet seine Figur so mehr oder weniger Stichwortgeber war, natürlich weil sie auch nicht zur Familie gehörte. Ich mochte aber auch, dass es sich dann eben nicht gleich wieder in so eine, in eine Klischee-Liebesgeschichte verwandelt hat, die jetzt so hier, Juliette kommt jetzt her und die Antwort auf ihre Probleme oder die Antwort auf ihre Pause oder so ein bisschen auf die Neuorientierung ist jetzt da eine Liebesgeschichte anzufangen, sondern einfach diese Freundschaft, die ihr dann ja irgendwo auch so etwas Kraft gegeben hat. Ja, finde ich auch. Das ist vielleicht diese, da ist eine Stärke des Films, dass halt viel nur angedeutet wird oder irgendwie im Wagen bleibt und es ja auch tatsächlich Szenen gibt, wo er ohne Juliette stattfindet. Das fand ich auch ganz schön, weil sonst, also ich bin bei dir, er bleibt eine Nebenfigur, aber hätte man das weggelassen, dann wäre es glaube ich noch, also dann wäre er noch weniger gewesen. Und so hat er zumindest auch, einen eigenen Arc ist zu viel gesagt, aber er hat zumindest irgendwie ein, ja, ein bisschen Hintergrund, der auch ohne sie stattfindet. Genau, also das lenkt dann halt auch schon in die Richtung, dass das halt dann doch nicht das bloße Love Interest ist oder vielleicht auch diese Liebes, oder die Geschichte zu ihr jetzt nicht auf eine Liebesgeschichte hinausläuft, wie es vielleicht in vielen anderen Filmen dieser Art hinausgelaufen wäre. Ja, genau. Ich bin gerade im Überlegen, also im Trailer wird das ja angedeutet, das findet ja am Ende so ein, ja weiß ich nicht, Reveal statt oder sowas, was da so ein bisschen dahinter steckt. Wie fandest du das irgendwie umgesetzt, weil das auch, auch da bleibt der Film irgendwie super beiläufig, oder? Ja. Er forciert es jetzt nicht als großen tragischen Höhepunkt oder als große tragische Offenbarung, sondern es fügt sich eigentlich darin ein, ohne jetzt als ein markanter Punkt da jetzt ein Ausrufezeichen. Ja, ich fand aber ganz schön, dass dadurch nicht nur bei Juliette, sondern auch bei ihrer Schwester so einige Knoten gelöst wurden und es gibt dann ja natürlich fast so ein bisschen obligatorisch so eine, am Ende eine emotionale Szene zwischen Juliette und ihrem Vater und da muss ich schon sagen, die hat mich auch gekriegt. Dann würde ich sagen, wir können noch zu einem ganz kurzen Fazit kommen. Ich denke, es ist schon ein bisschen durchgeklungen, wie wir beide das fanden und vielleicht können wir es, ich weiß nicht, ob wir es noch präziser jetzt formulieren können, aber du kannst es gerne ja mal probieren. Ich hatte eine schöne Zeit mit dem Film, ich habe halt tatsächlich mehr eine Komödie erwartet, also da sollte man vielleicht nicht mit der falschen Erwartung rangehen, gerade wenn man den Trailer gesehen hat, aber wer einfach so ein bisschen, ja, so ein französisches Familienporträt mit so ein bisschen skurrilen Figuren, die aber halt nicht zu übertrieben sind, haben möchte, kann damit glaube ich einfach eine gute Zeit haben. Aber das ist jetzt auch kein Film, wo ich denke, glaube ich, in einem halben Jahr denke ich noch, oh, Juliette im Frühling, das hat mich jetzt aber extrem berührt, das ist einfach so schön, oder? Ja, ich glaube, er wird mir auch eher für andere Elemente in Erinnerung bleiben. Also erstmal die Befürchtungen an eine französische Erfolgskomödie oder was auch immer, er überreizt halt diese Komödie-Elemente da nicht. Der schneidet seine ernsten Themen an, wenn jetzt auch nicht sonderlich komplex letztendlich, aber alles in allem macht er zum Beispiel aus der Darstellung von seinen Körpern oder von, also um diese Natürlichkeit herum einfach viel mehr draus als andere Vertreter des Genres. Und allein wegen diesen kleinen Details sticht er für mich so ein bisschen da hervor. Wer noch an Besprechungen zu anderen Filmen interessiert ist, der kann gerne mal unseren Feed hier beim Tele-Stammtisch durchstöbern. Da gibt es Filmbesprechungen zu ganz vielen anderen Filmen, unter anderem auch zu Serien, zum Beispiel zu House of the Dragon, da machen wir nämlich zur Zeit wieder ganz viele tolle Recaps. Da war ich auch zuletzt, beziehungsweise wenn dieser Podcast, ja, wenn dieser Podcast erschienen ist, dann war ich gerade zur fünften Folge von House of the Dragon auch bei uns im Recap zu Gast. Und da habe ich mit dem Kollegen Dom sehr, sehr lang über die neue Folge von House of the Dragon gesprochen. Es gibt hier aber natürlich auch Filmbesprechungen zu den ganzen großen Starts, zu den großen Kinostarts, aber auch noch ein bisschen was zum Thema Streaming. Johannes, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bedanke mich bei dir. Ich muss natürlich jetzt noch, weil du die House of the Dragon Recaps angesprochen hast, natürlich noch kurz erwähnen, dass wir auch Recaps zu The Boys machen, der vierten Staffel. Und da sind wir deutlich komprimierter als ihr. Ja, also auch da könnt ihr gerne reinhören. Hinterlasst uns auch gerne Feedback, wenn ihr den Film gesehen habt oder auch Kritik oder Positives hier zu unserem Podcast, zu unserer Besprechung hier zu sagen habt. Ihr erreicht uns auf allen bekannten Social Media Plattformen oder unter info.tele-stammtisch.de oder auf unserer Website, da kann man auch Kommentare schreiben. Und da bedanke ich mich auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.